Hundeerziehung mit Manni. Die sechs wichtigsten Kommandos für eine stressfreie und glückliche Hund-Mensch-Beziehung. Hallo lieber Zweibeiner, ich bin der Manni. Vielen Dank, dass du mir zuguckst. Ich zeige dir heute die sechs wichtigsten Kommandos für eine stressfreie und glückliche Hund-Mensch-Beziehung. Kommando Nummer 1. Sitz. Kommando Nummer 2. Platz. Kommando Nummer 3. Aus. Kommando Nummer 4. Bleib. Kommando Nummer 4. Bleib. Kommando Nummer 5. Komm. Komm. Kommando Nummer 6. Beifuß. Kommando Nummer 6. Beifuß. Und das war's auch schon. Die sechs wichtigsten Kommandos für eine stressfreie und glückliche Hund-Mensch-Beziehung. Bis bald, dein Manni. Oh, beinahe hätte ich noch was Wichtiges vergessen. Wenn du diese sechs wichtigen Kommandos deinem geliebten Hund Schritt für Schritt, stressfrei und bequem bei dir vor der Haustür beibringen möchtest, dann klicke jetzt auf den Link unter dem Video und lerne meine Freunde Lena, ihren Hund Bobby und Johanna kennen, die dir genau zeigen, wie einfach und in welch kurzer Zeit das geht. Übrigens, auch wenn du schon in einer Hundeschule bist, was ich dir sehr empfehle, ist dies eine perfekte Ergänzung für das gemeinsame Training mit deinem geliebten Vierbeiner. Ja, dann klick den Link und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dein Manni. Se Ziel für Europa Ja, dann klick den Arm. Twa precedenzaleю. Ja, dann klick den Arm. Ja, dann klick den Arm. Ja, dann klick den Harryю. Ja, das nördläden. Also, dann klick den Wind.